Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video zu unseren selbst gebastelten Präzisionswagen aus Papier. Als erstes möchte ich uns gerne vorstellen, wir sind das Team 1, Tamara Mayer und Zakaria Belkodia. Wir wollen euch heute die tollste Präzisionswaage aus Papier vorstellen. Rechts seht ihr einmal unser Prototyp und links unsere wundervolle Präzisionswaage aus Papier. Um es deutlicher zu machen, wie wir die verschiedenen Papierwagen gebastelt haben, gibt es eine PowerPoint dazu. Diese findet ihr in der Infobox. Bei unserem Prototyp waren wir nicht ganz so präzise wie bei unserem Endprodukt. Dies kann man gut an den Wagenschalen erkennen, da sie bei unserem Prototyp in einer unterschiedlichen Höhe hängen und bei unserem Endprodukt auf der gleichen Höhe hängen. Auch zu beachten ist, dass die Verbindungsbalken nicht so eng zusammengerollt sind als bei unserem Endprodukt. Als erstes schauen wir uns den Prototypen etwas genauer an. Da sehen wir, dass unser Konstrukt in der Mitte mit einer Nadel durchgestochen ist und rechts und links nicht genug Platz ist für zum Wippen. Dies heißt, dies kann nicht so gut funktionieren, da die Reibungskraft viel zu groß ist. Nun kommen wir zu unserem Endprodukt. Hier sieht man, dass in den beiden Schalen etwas drin liegt. Das sind auf beiden Seiten 20 Cent-Stücke. Ich nehme auf der einen Seite eine Münze raus und man sieht, die andere Seite geht nach unten, da sie schwerer ist. Ich lege die Münze wieder hinein und man sieht, dass der Balken in der Mitte versucht, in Wasser zu kommen. Das heißt, dass der Balken in der Mitte komplett gerade ist. Nun habt ihr gesehen, dass diese Variante von Präzisionswaage aus Papier besser funktioniert, da sie durch die Schnur mehr Bewegungsfreiheit hat. Also im Vergleich kann man sagen, unser zweiter Versuch, das Endprodukt ist, viel präziser als unser Prototyp. Wenn ihr auch so eine Präzisionswaage aus Papier bauen wollt und damit auch etwas wiegen wollt, also ausprobieren, wie präzise eure Waage ist, könnt ihr auf unserem Protokoll nachschauen, wie alles genau funktioniert. Dies findet ihr in unserer Infobox. Das war es mit unserer Präsentation von unserer Präzisionswaage aus Papier. Hoffentlich hat es euch gefallen und danke, dass ihr vorbeigeschaut habt. Bis zum nächsten Mal.